Okay, neue Informationen, neues Glück. Ja, wir reden heute mal über das neue PUBG, über die neue PUBG Roadmap und ich finde, das sind einige Sachen dabei, die sind ziemlich bemerkenswert. Zerstörbare Kartenumgebung. Ja, es gibt eine Spitzhacke. Eventuell kann man Löcher graben. Und diese Löcher sind natürlich fies. Also jeder weiß, der schon mal über eine freie Fläche gerammt ist, dass so ein Loch, so ein Foxhole wirklich mächtig sein kann. Also da bin ich gespannt. Oder auch, wenn man zum Beispiel eine Wand wegmachen könnte in einem Haus oder ähnliches. Das wird das Spiel massiv beeinflussen. Und zwar deutlich mehr, als wenn man zum Beispiel zu zweit auf ein Hausdach klettern kann etc. Das wird krass. Also wenn das kommt, da bin ich mir sehr, sehr gespannt drauf. Teile von Gebäuden sollen zerstört werden können. Neue Angriffsrouten, alles klar. Also habe ich schon erzählt. Und es wird natürlich dazu führen, dass man den Gegnern echt fies in den Rücken fallen kann. Okay. Achso, und einige von diesen Funktionen sollen schon im April-Update kommen. Also, ja, ja, das sehen wir bald. Am 13. März wird es ein neues Erangle geben. Es wird leicht abgeändert werden. Und die Map wird leicht sich verändern, je nachdem, welche Season ihr spielt oder welche Kollaborationen aktuell unterwegs sind. Also ähnlich wie dieses Kentucky Fried Chicken, wie wir es in der Vergangenheit beispielsweise schon hatten. Finde ich ganz cool, weil Erangle die beste Map ist in PUBG, meiner Meinung nach. Und ja, das kann uns sehr interessante Abwechslung bieten. Oh mein Gott, Gunplay. Oh mein Gott, da kommt auch was auf uns zu. Da kommt auch was auf uns zu. Es werden jetzt alle zwei Monate Gunplay-Updates veröffentlicht. Was heißt das? Das bedeutet, dass alle zwei Monate potenziell die M4 besser sein kann als die Barrel und umgekehrt. Die Ork genervt, gebufft. Ultra krass. Sie wollen die Meta im Spiel verändern. Also, es rennen nicht mehr alle mit Ork und M12 rum oder mit Barrel und Dragunov. Sondern es ist potenziell so, dass alle zwei Monate wirklich neu gewürfelt wird. Falls das stimmt, wäre das echt krass. Das ist hart. Ich glaube, sie werden es immer zuerst im Arcade ausrollen und anschließend erst in den ganz normalen Battle Royale Matches. Das bedeutet, die Arcade-Spiele sind immer ein bisschen näher am Puls der Zeit. Und trotzdem finde ich das krass, weil viele Leute natürlich über Jahre sich eine gewisse Routine angeeignet haben, um eine bestimmte Waffe zu meistern. Und wenn die jetzt alle zwei Monate sich neu umgewöhnen dürfen, dann kann ich mir vorstellen, dass das nervig wird für die OGs. Okay. Also, wie gesagt, die Änderungen im Gunplay werden erst im Arcade veröffentlicht. Und anschließend in den normalen und Ranglisten-Matches. Okay, das ist, ja, ist wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Ich glaube, da geht es auch erstmal darum, dass die Leute, die im Arcade spielen, auch vielleicht ein Feedback geben können. Um dann das Arc, das Ranglisten und den normalen Modus nicht zu sehr durcheinander zu öffnen. Ich bin mal gespannt. Es gibt, glaube ich, auch keinen Testserver mehr. Also, es wird auch keinen Testserver mehr geben. Ja, bin gespannt. Oh, oh, oh. Scar L und AKM werden gebufft. Finde ich aber eigentlich gut, weil die Scar und die AKM waren irgendwie so Underdog-Waffen. Wobei ich mit der AKM eigentlich immer ganz happy war. Die werden jetzt mächtige Waffen. So, was heißt das? Wir müssen aufpassen. Time to kill ist PUBG ohnehin schon ultra niedrig. Wenn wir jetzt auch noch, wenn jetzt auch noch alle Waffen, die jetzt momentan als schlecht wahrgenommen werden, auch gebufft werden. Oh, 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 oh. Dann wird der time to kill noch niedriger. Und ich glaube, der niedrige time to kill ist einer der Gründe, wieso bei dem Game Cheater halt so unglaublich krassen Vorteil haben gegenüber anderen Spielern. Weil der time to kill so niedrig ist. Deswegen, ja. Müssen wir gucken. Müssen wir gucken. Neues Team-Versus-Team-System. Kann interessant sein. Ist am Ende des Tages so ähnlich wie Intense Battle Royale. Aber nur mit zwei Teams. Ja, glaub, kann schon ein interessantes Feature sein. Jeder neue Modus kann eigentlich nicht schlecht sein. Denn am Ende des Tages haben die Leute dann einfach mehr Optionen, was sie tatsächlich spielen wollen. Oh, oh. Jetzt kommt noch was. Gegenstände, um den Transport und das Plündern zu erleichtern. Das bedeutet, wir sehen wahrscheinlich deutlich mehr Autos. Oder auch das Reparaturset kommt zurück. Diese Autogeschichte. Also ich weiß nicht, ob ihr Marondo gespielt habt. Aber falls ihr Marondo gespielt habt, dann wisst ihr, dass Fahrzeuge ultra wichtig sind. Gerade bei den großen Karten. Ähm, ja. Finde ich gut. Autos, Fahrzeuge machen Spaß. Vielleicht gibt es auch mal einen Hubschrauber. Habe ich, glaube ich, irgendwann mal Gerüchte gehört, dass es vielleicht irgendwann auch mal einen Hubschrauber geben soll. Und, ähm, dann haben wir noch, was haben wir noch? BASEJOM-Fahrschirm. Über Fahrzeuge klettern. Das gibt es ja schon. Gemeinsame Klettern. Das gibt es ja noch. Es soll noch mehr dynamische Aktionen geben. Was auch immer das bedeuten mag. Ich bin gespannt. Vielleicht kann man Tunnel graben. Eigentlich macht Spaß. Aber, mal gucken. Also, tragbare Seilrutschen. Crazy Stuff. Ich hoffe, dass sie nicht zu fortneidig werden. Das fände ich nicht gut. Aber, ja. Wir warten ab. Es ist in letzter Zeit auch tatsächlich so, da bin ich echt happy drüber, dass die Entwickler von PUBG tatsächlich auch teilweise auf die Community hören. In letzter Zeit deutlich mehr, als es früher mal vielleicht der Fall war. Also, ich habe schon das Gefühl, dass die Community deutlich mehr Mitspracherecht in letzter Zeit hat. Das gefreut mich eigentlich. Das gefreut mich eigentlich. So. Survivor is left behind. Habt ihr den Zombie-Modus gespielt letztes Jahr? War lustig, aber auch knüppelhart, muss ich sagen. Und sie werden jetzt in Zukunft öfter mal solche Fantasy-Battle-Royales haben. Finde ich eigentlich eine nette Sache. Macht Spaß. Ich habe es nicht viel gezockt, aber ist auf jeden Fall eine Abwechslung. Kollaboration und Skins. Was ist das für ein Auto, ne? Das weiß jeder, oder? Lambo-Dumbo. Lambo? Ist doch eigentlich... Ja, ist ein Lambo. Gucken wir mal. Ich finde das immer so lustig, ne? Man fährt hier irgendwie mit dem Dutcher oder mit einem Lader durch die Gegend. Und dann gibt es Leute, die hat einen Aston Martin oder einen McLaren oder einen Lambo. Das passt nicht so ins Gesamtkonzept. Aber, ja. Macht Spaß. Macht den Leuten Spaß. Die geben dafür Geld aus. Und am Ende des Tages finanziert sich das Game eigentlich komplett über Ingame-Käufe. Insofern bin ich ganz froh, wenn es irgendwelche Leute gibt, die ultra viel Kohle dafür hinblättern. Weil dann können wir damit die Devs bezahlen, die dann neue Inhalte für uns bereitstellen. Also alles gut. Alles tut die. Erweiterbare Waffenskins. Oh mein Gott. Also wenn ich erweiterbare Waffenskins sehe, dann denke ich immer erstmal an Casino. Bin ich jetzt nicht so der Fan von. Das kann man schon teilweise echt als Abzocke bezeichnen, wenn man irgendwie 500 Euro ausgibt, um irgendeinen Progressive Skin zu bekommen. Für mich ist es, ich finde es schwierig. Oh Gott, Matchmaking. Das ist auch gut. Matchmaking. So, Leute. Es wird Skill-Based Matchmaking geben. Connection Stability. Das ist gut. Player Skills. Ich gehe mal auf die Seite, damit ihr das sehen könnt. Player Skills. Das ist hart. Sprache. Ja gut. Matchmaking Time. Das ist gut. Das ist so ein Optimierungspunkt, auf den man hinoptimieren muss, weil die Leute einfach sonst aus der Lobby raushüpfen. Das verstehe ich. Aber Player Skills ist hart, weil wenn man schlecht spielt, wird man immer mit Schlechten spielen. Wenn man gut spielt, wird man irgendwann nur noch mit Wahnsinnigen oder mit Cheatern zusammen in einem Server sein, übertrieben dargestellt. Das kann hart sein. Ich bin gespannt. Das kann hart sein. Mal gucken. Matchmaking macht Sinn, wenn man noch neu ist in dem Game. Aber ich glaube, das kann nervig werden. Ich bin gespannt. Man muss abwarten. Was haben wir? Ohohoho. Was, was ich die ganze Zeit schon angemerkt habe. Bot-Verbesserung. Ja, die Bots waren ja letzten Endes in der Vergangenheit in etwa so schlau wie ein Sack Sand. Insbesondere, wenn man Casual gespielt hat. Und ich habe auch schon ein paar Mal angemerkt, dass ich es eigentlich besser fände, wenn die Bots-Schwierigkeit sich an die durchschnittliche an den durchschnittlichen Skill in der Lobby anpassen würde, was natürlich irgendwie Sinn macht. Dann kann man nicht einfach nur irgendwie so 25 Bots pro Match ernten im Casual. Das wird jetzt anscheinend angepasst, angepackt. Das finde ich gut. Das bedeutet, die Bots laufen nicht immer, man schießt auf die Bots, sie laufen hinter den Baum. Dann dauert es 2,3 Sekunden, dann laufen sie hinter dem Baum wieder vor. Dann schießt man drauf, dann gehen sie wieder hinter den Baum. Also diese Schleife hat man in Casual. Jeder, der schon mal Casual gespielt hat, hat dieses ultra-stupide Bot-Verhalten schon mal selbst beobachten können. Soll gefixst werden. Freue mich drüber. Finde ich cool. Ich finde es furchtbar, wenn man aus 3 Kilometer Entfernung feststellen kann, anhand des Schuss-Patterns, ob es ein Bot ist oder ein Player. Das kann man nämlich irgendwann, wenn man das Spiel mal eine Weile gespielt hat und sich dann einfach gar nicht mehr darum kümmert oder extra nur dahin läuft, um diesen Bot da zu ernten. Also ja, finde ich schon gut, dass sie da was dran drehen. Soll allerdings auch nicht zufordernd gestaltet werden, um unerfahrene Spieler nicht zu entmutigen? Ja, das verstehe ich schon. Das verstehe ich schon, aber wenn der Bot rumläuft wie so ein Roomba-Robot, dann ist es ja auch nicht lustig. Also genau. E-Sports-Rangliste habe ich mich nicht mit beschäftigt. Da werde ich jetzt auch nicht großartig was drüber erzählen. Wir schauen mal ganz kurz, Rangliste-Modus, Test-Server. Kein eigener Test-Server, habe ich schon erzählt. Es wird jetzt das Rückrufsystem auf allen 8x8-Karten eingeführt. Die Comeback-Battle-Royales werden entfernt. Das finde ich aber auch gut, ehrlich gesagt. Weil ich finde, wenn man dann nochmal ein Battle-Royale spielen muss, um wieder in die Karte reinzukommen, obwohl das Team einen schon zurückgeholt hat, dann ist es nervig. Das ist dann nochmal so eine zusätzliche Hürde, weiß ich nicht. Finde ich schon sinnvoll. Also am Ende des Tages ist es fast so, als hätten die Devs meine Gedanken gelesen und dann mit voreilemendem Gehorsam gehandelt. Schon echt viele Verbesserungen, die mir persönlich aufgefallen sind, sind da enthalten. Wahrscheinlich haben sie einfach meine Videos geguckt. Okay. Achso, ihr hört es gar nicht, oder? Doch, ihr hört es. Dann Clans-System verbessern. Das finde ich gut. Auf Clans zugeschnittenen Missionen. Spezieller Tauschshop. What? Oh. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Das ist was für einen DoD-Clan. Achso, by the way, an der Stelle nochmal Werbung von unseren Clans. Wir haben noch freie Plätze, falls einer Lust hat, zu uns zu stoßen. Feuerfrei einfach mal eine Anfrage in-game schicken. Oder auch in den Discord-Link in der Beschreibung, wie in jedem meiner Videos. Und jetzt kommt der Knaller. Das hier ist der Knaller schlechthin. Erstmal wird es PUBG auf Unreal Engine 5 umgestellt. Oh yeah. Unreal Engine 5. Ich spiele momentan ein Spiel mit Unreal Engine 5. The Isle heißt es. Aber bei PUBG habe ich so um die 250 FPS mit meinem Rechner. Der ist schon, sag ich jetzt mal, in der oberen Mittelklasse. Bei The Isle habe ich 120 FPS oder 100. Wenn die Umstellung auf Unreal Engine 5 die durchschnittliche FPS-Zahl von den Spielern halbiert, dann werden demnächst ziemlich viele Grafikkarten verkauft werden, glaube ich. Das kann hart werden. Ich hoffe, dass sie das Spiel ein bisschen performance-technisch optimieren. Es muss ja nicht so, es muss ja nicht, also es kommt ja darauf an, man kann mit Unreal Engine 5 auch Spiele machen, die verhältnismäßig einfache Grafik und dementsprechend hohe FPS haben. Aber da müssen sie aufpassen, weil das könnte knallig werden. Das könnte knackig werden, ja. Und was noch richtig cool wird. User-Generated Content. Oh yeah. Es könnte sein, dass wir demnächst PUBG-Mods sehen, was ich richtig cool finde. Also Arma zum Beispiel lebt von Mods. Counter-Strike, Half-Life-Mod. Was es da alles für epische Dinge gibt, die Leute nebenher entwickeln. Richtig cool. Das kann nur gut sein für das Game. Ob das dann immer noch PUBG heißt oder ob es dann PUBG 2 heißt, wir wissen es nicht. Aber auf jeden Fall ist das eine Top-Sache. User-Generated Content kann nur gut sein für das Spiel. Okay, und jetzt kommt noch was. Anti-Cheat. Ich weiß nicht, seid ihr schon mal einem Cheater begegnet im Spiel? Also ich schon, ja. Und nicht nur einmal. Das ist ein Problem, das muss angegangen werden. Oh mein Gott, schaut euch das an. 33% Anstieg gegenüber dem Vorjahr. Und das heißt, unsere Bemühungen trugen Früchte. Ich bin da nicht sicher. Also ich glaube, das ist eher so, dass immer mehr Leute cheaten. Und also ob man diesen Anstieg deswegen hat, weil mehr Leute cheaten oder deswegen, weil wir bessere Maßnahmen greifen. Das weiß niemand. Ich glaube, es wird sehr viel gecheatet in dem Game und wir brauchen auf jeden Fall verbesserte Anti-Cheats. Ob da das jetzt mit einer künstlichen Intelligenz oder wie auch immer man das macht, weiß ich nicht. Ich muss auch sagen, was ich persönlich nicht gut finde, ist, wenn man Gegner meldet wegen Cheaten und die waren keine Cheater, dann kriegt man Repetitionspunkte abgezogen. Ich kann ja nicht jedem Spieler zwei Stunden zuschauen, um zu entscheiden, ob er cheatet oder nicht. Ich melde, wenn ich den Verdacht habe, dass er cheatet. Und wenn ich dann falsch gelegen habe und ich kriege Repetitionspunkte abgezogen, finde ich das irgendwie sonderbar. Am Ende des Tages führt das für mich zumindest dazu, dass ich sage, es ist mir egal, ich melde immer und auf meine Repetitionspunkte gebe ich jetzt erstmal nichts. Wenn ich dann mit null Repetition rumlaufe, dann ist mir das auch egal. Hauptsache ich melde die Typen, bei denen ich davon ausgehe, dass sie cheaten. Eigentlich ist es aber nur ein Hosenträger dafür, dass das Spiel keine interne Anti-Cheat-Software hat, die funktioniert. Ist ein Problem, müssen wir uns angucken und ich glaube, an der Stelle muss echt noch was getan werden. Mit künstlicher Intelligenz lässt sich da mit Sicherheit was drehen. Es gibt mittlerweile wirklich extrem aufwendige Cheats, die beispielsweise gar nicht auf dem Rechner laufen, sondern auf einer externen Hardware. Das bedeutet, der Rechner kann diese Cheats gar nicht detektieren, softwareseitig. Und das bedeutet, solche Sachen kriegt man nur über eine künstliche Intelligenz raus, indem man einfach analysiert, wie sind die Mausbewegungs-Pattern von dem Spieler etc. Also ist meiner Meinung nach wirklich noch ein heißes Thema. Ach guck, da ist es schon. Deep Learning ist am Ende des Tages künstliche Intelligenz. Also passt. Illegale Software-Nutzung, Verhinderung, Wiedereinstieg. Ja, alles sehr technische Dinge, möchte ich jetzt gar nicht so im Detail drauf eingehen. Und damit haben wir es, glaube ich. Am Ende des Tages, muss ich sagen, machen wir nochmal einen schnellen Recap. Anti-Cheat wird aufgepimpt. Das finde ich gut. Unreal Engine 5 Upgrade kann hart werden für Leute mit alten Grafikkarten. Das kann heftig werden. Ich persönlich freue mich drüber. Mein Rechner ist ausreichend wahrscheinlich für das Upgrade. Aber das kann sein, dass sich einige Leute neue Hardware kaufen müssen. User Generate Content, a.k.a. Modding. Super Sache. Diese Clan-Verbesserung finde ich auch super. Test-Server interessiert mich nicht. Fand ich nie wichtig für mich. Es wird den Ranglisten-Modus, lasse ich mal außen vor. Die Bot-Verbesserung ist auch gut. Nochmal einen Daumen hoch. Kartenrotation. Habe ich jetzt gar nicht, bin ich gar nicht drauf eingegangen. Matchmaking. Im normalen Match. Ja, das kann hart werden. Player Skills, wie gesagt. Das kann hart werden. Müssen wir mal gucken, was dabei rauskommt. Das kann man erst sehen, wenn es so weit ist. Lustige neue Waffen-Skins. Ich brauche es nicht, aber ich verstehe schon, dass die Firma sich darüber finanziert. Insofern ist es okay. Selbes gilt auch für Lambo-Skins. Wahrscheinlich werden die auch nicht kostenlos sein. Das stelle ich mir mal vor. Neue Transport-Modi finde ich gut. Plündern erleichtern. Weiß nicht, was man sich darunter vorstellt. Vielleicht reicht es, wenn man über die Gegenstände drüber läuft und sie sammelt automatisch. Ich weiß nicht, muss man abwarten. Dann haben wir Team vs. Team. Ist auch gut. Mit Sicherheit interessant. Und Oh mein Gott, ja, das ist hart. Also diese Gunplay-Geschichte, das ist natürlich Wenn alle zwei Monate das Gunplay überarbeitet wird, kann ich mir vorstellen, dass das Das wird spaßig. Und was natürlich auch nice ist, veränderbares Terrain und zerstörbare Gebäude etc. Cool. Also Skill-Based Matchmaking Weiß ich nicht. Alles andere, was ich gesehen habe, ist eigentlich eine gute Sache. Und in diesem Sinne bin ich eigentlich ziemlich happy über die aktuellen Updates. Und ja, bedanke mich fürs Zuschauen. Schreibt mir mal die Kommentare, was ihr von dem ganzen Zeug haltet. Und jetzt würde ich mich freuen, wenn euch das Video Spaß gemacht hat oder was Neues gelernt habt. Haut auf die Glocke, haut auf den Like-Button und haut auf den Subscribe-Button. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao, ciao. making sure bạn mir Yukon mir mir 会 com bis